Wenn du ihn siehst. Da, genau an der Wand. Leut, tot. Bam. Stirb endlich! Stirb, sag ich. Sterben, Mann. Alter, was hält der denn aus? Achso, es ist ein Perl, okay, das hab ich nicht gemerkt. Ah, endlich. Heilig Scheiß. Hinter dir ist einer. Ja, Wesen. Mach mal die Tür hier auf, ich krieg die Tür nicht auf. Wenn es überhaupt die Tür ist, kann es sein, dass wir mal das noch wissen. Mach mal her. Nein, da ist ja auch noch ein Hochweg. Kriegst du auch nicht auf, gell? So. Wir schließen hier noch rein. Dann geh mal hier auf. Wir können auch einfach die Treppe benutzen, genau. Vielleicht kann man die nur auf einer Seite öffnen, also wenn wir zurückkommen zum Beispiel. Das wird sein. Mhm. Sieh dir das an. Ich muss ja auch mal so ein Ding aktivieren. Danke, dass du mir die Tür zumachst. Hallo, überraschst. Mann, oh. Bam, das war ich. Alter, ich hab fast eine Mille Geld, ey. Das ist so cool. Oh, Klo. Was sagt's denn? Oh, cool, Räuber-Monizor. Oh, eine Waffengäste. Hm. Schilds. Schilds. Das ist ein Klaus-Mod. Sehr langsam gesünder Zeuggerdammt. Den obersten Schildschild, den hab ich auch, nimm den, der ist gut. Warte mal, äh. Rüben. Den hier. Den hab ich auch drin, der macht, äh, ordentlich Regeneration und ist halt sehr hochwertig. Weil der halt viel aushalten kann. Warte. So, jetzt müssen wir. Darüber. Dann nübber. Dann gehen wir mal da nübber. Die zweite, dass wir da Leute sein, ne, und rennen dann einfach nicht durch, oder? Wenn das geht, wenn wir das überleben. Das macht doch gar keinen Sinn, wo ich lang will. So viel zu anschleichen. Flucht. Mist. Zack. Ops. Loll. Du Idiot. Was denn? Du hast mein umgebracht. Der ging gar nicht, der war in einem Stein, den hättest du... Da ist der Typ. Okay, den hab ich gar nicht umgebracht. Das war der wahrscheinlich mein Effekt. Der war in einem Stein, den hättest du mich treffen können. Aber kein Quatsch. Ach, gib mir doch nicht auf die Eier. Stirb. Ich hab übrigens einen, ähm, Augenblick, Augenblick, wo ist er? Ein, ähm, Dings da, ein, die Raketenwerfer mit 858 Schaden aufgenommen. Echt? Loll, wie geil. Willst du die haben? Ja, wenn wir die Besicht haben, ja. Wenn ich über 10 Meter vorrennen würde, das wäre doch, äh, muss ich ja nicht andauert würde, wenn du stirbst. So, warum fängt der sich da an zu lecken? Find ich nicht schön. So macht man das Mädchen. Okay, das sind... Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war nicht gut. Die nehmen kaum Schaden. Oh doch, tun sie. Warte, was du das grad mit dem Raketenwerfer. Nee, nee. Loll. Ich hab ihm nur irgendwann mal was viel getroffen, was ich nicht treffen wollte. Lass uns erst mal kennenlernen, auf dir, gib' den, gib' den. Okay, ich weiß, wo man auf dem Punkt drauf war, muss im Bauch. Schieß in den Bauch. Rosse. Wissen. Ich glaub' jetzt. Munition und die Kissen ist mit einem Schuss down. Was ist denn bei mir, oder? Was ist denn bei dem einen? Loll. Bei mir auch. Okay. So, das waren alle Wächter, oder? Ach, so, da ist jetzt noch so ein Ding. ich sagte nun zu dir der sind Ingenieur oh meine ganzen Waffen haben keine Muni mehr das Problem kenne ich nicht mehr in den in den doch noch einige gutemal gutemal unten hin das ist immer deine Gegner diese roten geschützt dass du das jetzt erst mitbekommst dass du die Gegner so siehst finde ich schon ein bisschen beschämt nein finde ich habe ich nicht wow knallt der Ingenieur das ist aber auch genau drin ne machst du mit dem Ding gut schaden bei den Geschützen wie gesagt schieß unter unter den unter die Feuerrohre okay der Ingenieur ist mal down schick das ist es gemacht oh warum droppen die keine Muni mehr ah da ist wieder was ich komme wieder rein warte mal ey die droppen kaum noch Muni ah da ist eine warte mal hier ist noch ein Gegner bevor du jetzt wieder irgendwo rein rennst jo aber ich will erstmal Muni ich habe doch keine Muni toll da ist wieder eine Healing okay ich kann ihn leider nicht mehr sehen wir müssen also doch rein oh ich bin noch Muni toll ne keine Muni Sevolver und dass sie hier noch so schwache Waffen anbieten ist heftig oder wenn ich weiß nur wo es Muni gibt vorne gab es ja noch die Schränke aber ich gucke mal ob ich hier was hin was brauchst du denn äh alles deine komplette Muni ist leer hier ist hier ist ähm im Gegenteil in der Toilette machen griffst ins Klo also müssen wir jetzt eh zurück also bietet sich das sowieso an wir kommen eh wieder zu den Schränken da kannst du nochmal auf jeden Fall nachladen überraschung hui das sieht mal einer an Kistchen ähm Boah Level 34 die paar mehr echt was kann jeder die Sogkrotten 7,50 da nix ich bin ja gedacht ok na dann zurück zur Basis ja mal alle oder ja mal aktiviert Aufgabe erfüllt und wo müssen wir jetzt hin zurück zum Ausgang genau also den Weg erstmal zu ähm rein theoretisch erwarte ich jetzt wieder diese Erzmacht Magierdinger äh Erzviechers äh doch ich erwarte sie einfach sonst weiß ich nicht so im Flow des Spiels müsste das rein theoretisch auch und da liegt nur was 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 ach so ich dachte schon so so kann man da durch cool cool voll die Abkürzung und da lag auch wieder irgendwelche Munition die du überrannt hast ein ach verdammt gar gar denn das ist denn das ist von die Wolkigstucht oder der Schwiergeschütz oder ne was sonst kann es jetzt mal die Fresse halten da unten zu billigen Plätzen genau macht mich boom so ist alles tot legt überall Munition rum alter und das ist alles für dich das ist natürlich dass du dich beschweren darfst die Tage dieses Dings sind gezählt was das denn geiles hier gibt es wieder so einen Lightning Dingsbums hey warte doch mal vielleicht brauche ich auch eine Munition toll ich drücke da einfach drauf naja gut schauen wir mal was jetzt passiert so spannend oh man geh nicht durch das Haupttor ach so du bist ja gar nicht da oh hier ist eine Waffenkiste allöchern oh Hölle das Haupttor hat sich einfach geöffnet das ist ok so jemand sehe stirb natürlich gefällt ihm das es kitzelt doch so schön oh so jetzt nehme ich mal mit aha nee aha nee ans Müll lol wenn ich gerade alles knallhart hatte ja ich muss erstmal die da oben ausschalten die gehen jetzt nämlich am meisten auf die Eier weil die uns überall treffen können dann haben wir das ist mir getan haha alles Gute kommt von da oben BAM LOL das ist meine geile Granat die sich halten aber auch ein ein Dreck aus ey den kannst du draufbalancen du willst ich will dich ja nicht entmutigen aber dahinter kommt noch mal welche oh sehr schön ja entmutigen tut mich das gar nicht ich freu mich ich freu mich drüber warte 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 oh was du auch? nö nö ich heil dich gerade er muss aufpassen mit dem Ding was du da hast das kann ich auch selbst ganz schön verletzen wie du vielleicht festgestellt hast oh man eins leute leute level 17 juhu warte mal ich muss erstmal meinen Punkt hier verteilen dann verteilen wir deine Punkte Mann ich hätte mal einen Laden gebraucht gut dass du das übersprungen hast Mach rede mit dem verteilen ich will aktivieren Spannend mach es doch nicht so komm her das wird jetzt so super das werden wir niemals vergessen denn wir fahren jetzt mit diesen tollen Fahrstuhl nach oben mit Hup Reaktivierung des Ich und des Zwerges Boah wir müssen wieder zurück Skiss getötet Finde Stihl und füge den Schlüssel zur Kammer zurück und wir müssen wieder genau den selben Weg zurück komm Felix hier lang Hallo da genau da ist er oh diesmal jetzt nicht so weit vor weil wir bleiben am besten jetzt zusammen das wäre glaube ich ne gute Idee dass mal du deine Fähigkeit auch dann einsetzen könntest wenn du im Kampf bist das würde vielleicht etwas mehr nützen oh man das wird jetzt hart ähm äh kannst du kurz Skype gucken? ne wieso? wegen du weißt schon mich ach so das ist doch erst in einer halben Stunde öhh Aga fragt mich ja das ist mein Problem ich kann grad nicht ich denk du hast das Handy mit Skype und so naja naja dann guck doch selbst hab ich doch naja und hier sind aber keine Erzengel diesmal Sepp sehr froh hier ist immer noch alles tot sei froh nutzt die äh Gelegenheit vorne holen wir uns erstmal da muss man dann hin ganz ans Ende oder? ja da können wir uns ein Auto holen hier lang wenn halt weiter vor du guck dich doch nicht jedes Mal nur mein Schissen Mann du guck dich doch nicht jedes Mal nur mein Schissen Mann hier war die Autostation gell? jup hier hinten ok hier sind noch Leute und rein boom Alter ich hab jetzt einfach Schaden macht ey der Einfachkeit hier ganz so auch genau hast du den oder hab ich den nicht? ich ich hab den letzten einfach noch einen Schuss verpasst komm rein leu wo denn? ach ja ja wo wohl im Himmel oh das wär cool mit Flugzeug ups ho 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 vorsichtig fahren fahr langsam mal verdammt oh was? zurück? wie weit zurück? la das würde mich jetzt mal interessieren nicht dass wir jetzt noch ewig wenden wir müssen zurück nach äh zum Anfang ganz zum Anfang halt ich weiß nicht mehr mal wie das heißt ja genau Firestone ich denk muss